Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Sapauli, 2. Bundesliga 2022-2023, 2. Spieltag, Hannover 96 gegen Sapauli, Ergebnis 2 zu 2. Startelf, Hannover 96, Sie lehrt um dem Leumann, Brüner, Kühn, Franzi, Schaub, Bezerkow, Karik, Nilsin, Bayer. Startelf und Sapauli, Samaras, Saliagas, Transvecala, Medik, Paterada, Samar, Elfine, Hartel, Dreschner, Ekelstein, Martin Fiek, Das war's von Hannover 96 gegen Sapauli, 23 Uhr 4.